Es ist viel zu lange gewesen. Rick, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Hör auf, Morty, komm in! Chachi! Der wundervollste Rick und die Mortiesten Morty im Universum sind zurück. Der Rick-Kult sorgt in der echten Welt für echte Probleme. Morty, du musst ihn ausfüllen. Ich habe ihnen gesagt, es bedeutet Frieden in der Welt. Wie schrecklich ist das? Doch ein Teil der Rick-and-Morty-Fan-Gemeinde ist so lautstark und so bösartig, dass es mittlerweile zu einem echten Problem geworden ist. Sie glauben, sie seien klüger als andere oder halten sich gar selbst für Rick Sanchez und nehmen die Serie generell viel zu ernst. Wenn du einen deiner normalen Facebook-Fan-Fan-Gemeinde über Rick & Morty sehen möchtest, aber sie wissen nicht, dass es ein Lebensstil ist. Nein, es ist nicht. Es ist nur ein TV-Show. Sind Sie sicher? Weil sie sagen, dass es ein Lebensstil ist. Ich habe keine Ahnung, ich kann ihn nicht ausfüllen. Ich versuchte es, aber er will mich nicht alleine lassen. Weil du meinst, Baby. Und niemanden versteht dich, wie ich mache. Du gehst mir nicht! Denn Rick und seine Familie werden durch die interstellaren Abenteuer oft mit etwas konfrontiert, das kosmischer Horror genannt wird. Diesen Begriff hat H.P. Lovecraft geprägt. Es ist kein Zufall, dass Rick und Co. im Intro von Cthulhu verfolgt werden, dem bekanntesten Geschöpf von Lovecraft. Denn für ihn haust das Grauen nicht in Spukhäusern oder in finsteren Burgen. Lovecraft verortet es in den endlosen Weiten des Weltalls. Mit der unvorstellbaren Größe des Universums und der Allmacht der großen Alten sind die Menschen und ihr Alltag völlig unbedeutend. Liebeskummer, Eheprobleme, Streit im Job, all das verblasst völlig gegen den kosmischen Horror. Den Gewalten des Kosmos sind wir hilflos ausgeliefert. Kein Wunder, dass die Ich-Erzähler in Lovecrafts Geschichten am Ende häufig dem Wahnsinn verfallen oder sterben. Also, keine mehr alienen Präsenz und keine mehr subterranean Excavation, ohne uns zu konsultieren. Ich habe sie verhandelt? Ich habe die Idee verhandelt? Ja. Oh mein Gott, danke! Du bist willkommen. Danke, willkommen! Wenn du weißt, dass nichts wichtig ist, ist das Universum deinem. Und ich habe nie ein Universum, das in die Welt war. Das Universum ist quasi ein Tier. Es ist auf der Ordnung. Eine Weltsicht, der sich Rick völlig verschrieben hat. Oh, niemand versteht es. Nichts, was du denkst, ist wichtig. Das ist nicht speziell. Das passiert in infiniten Zeiten über infiniten Realitäten. Taddy? Ja, Jerry, es ist Taddy. Eine Person, die niemand gehört hat bis jetzt, die dich auf einem Spacephone gehört hat. Ich kann nicht sagen, ob du sarcastisch bist. Wir brauchen dich, um dieses Nummer zu verhören. Stopp' auf! Morty, bist du okay? Nein! Warum bist du mit Taddy Mason? Holy S***, Dad! Stopp' auf! Okay, ich glaube, ich bin nur dieses gesamtes Toilettenpapier. Morty, ich denke, es wäre lustig, dass du auf einem Forschungsprojekt mit deinem Vater arbeiten würdest. Danke! Danke! Ist Kosmischer Nihilismus also das Maß aller Dinge? Serienschöpfer Dan Harmon meint, nein. Das Wissen, dass nichts wichtig ist, obwohl es richtig ist, das wird dich nicht mehr, Je weiter nach unten gehst, desto mehr die Wahrheit wird erlernen. Aber wenn du auf die Erde in die Richtung, in eine Familie in die Richtung, in ein menschliches Gehirn oder eine Kindheit und Erfahrung sehen, dann du siehst, dass du alle Dinge, die das wichtig sind. Wir haben diese fliehende Chance, um eine Illusion zu teilzunehmen, genannt »Ich liebe meine Freundin«, »Ich liebe mein Hund«. Wie ist das nicht besser? Niemand ist auf der Grund. Niemand ist irgendwo. Jeder wird sterben. Das bedeutet aber nicht, dass wir Menschen unserem Leben nicht selbst Bedeutung geben können. Wichtig ist für Sartre stark vereinfacht, dass wir aufrichtig sind. Jeder Einzelne kann festlegen, was für sie oder ihn einen Wert hat, wenn wir nur ehrlich zu uns selbst sind. Geräuslich? Holy crap! Holy crap! Uh-huh, ja, ich bin egal. Oh, ich weiß. Jeder weiß, dass du nicht egal bist. Also? Ja, es ist gut. Es ist das Beste. Ich bin sicher, es ist. Tschüss. Later! Wirklich glücklich scheint Rick nur zu sein, wenn er Zeit mit seinen Enkeln oder seiner Tochter verbringt. Rick ist, ob er es will oder nicht, Teil einer Familie. Doch Rick scheint das immer wieder zu verdrängen. Dad, da ist eine Art Weg, dass wir das jetzt machen. Würdest du mich bitte an den Vor-Bo-Jelon Prime für Death-Krystall? Aber es gibt noch mehr Gründe, Rick als Idol abzulehnen. Also abgesehen davon, dass er ein Mörder ist, dass er selbst zutiefst unglücklich ist oder dass er anders als wir Zugang zu unendlichen alternativen Zeitlinien hat. Denn Ricks Attitüde ist für den Alltag völlig ungeeignet. Sitze. Hör auf. Ich werde das wieder tun. Diesmal bin ich wie ein Grandpa. Du meinst trank? Hey, Morty. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich eine Frage stellen. Lick, lick, lick meine Balle! Lass mich, lass mich, lass mich an den Vor-Bo-Jelon Prime kommen. Du kannst gehen, wo ich dich gehen möchte! Also, äh, was machen wir? Hör auf Fragen! Hör auf Meta-Kommentieren! Hör einfach Spaß! Seid ehrlich zu euch selbst! Denk einfach über das. Du musst... Denn wenn du nicht über das denken möchtest, wirst du nicht über das denken. Und du kannst... ...ein viel Schmerz, das technisch legal ist. Ähm... Und... ...und... ...hörte alle. Auch Rick will über seine Gefühle nicht reden oder an seinen Fehlern arbeiten. Eine Tatsache, die auch die Serie selbst thematisiert. Ich habe keine Worte, dass du durch die Therapie schmerzen würdest. Das ist auch wie ich mich schmerzen, wenn ich meine Teile und meine Arten blühe. Denn die Sache, was zu reparieren, zu behalten und zu cleanen, ist... ... es ist kein Geheimnis. Es ist kein Weg, dass du es so falsch machen kannst, dass du sterben kannst. Es ist nur Arbeit. Mitmenschen aus den Augen. Das mag zwar dem Verhalten von Rick ähneln, doch anders als Rick... ...können wir uns nicht einfach in ein alternatives Universum flüchten. Rick? Was über die Realität, die wir hinterlassen? Was über die Realität, wo Hitler Kanzel kürt, Morty? Die Antwort ist, nicht darüber nachdenken. Was über die Realität? Was über die Realität? Untertitelung des ZDF, 2020